Als Team der Volkspartei und an der Spitze steht Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Aber ich glaube, wir alle sind ja politische Vollprofis. Eine Klick, die über altverdiente Funktionäre als alte Deppen spricht. Eine Klick, die über Ministerkolleginnen als leicht führbare Weiber spricht. Eine Klick, die über Menschen, die bei einer Bezirksbehörde in der Warteschlange stehen, von Tieren spricht, von Pöbel spricht. Eine Klick, die noch dazu auch 2017 und 2019 die Wahlen mit illegalen und mutmaßlich korrupten Praktiken bestritten hat. Umfragen gekauft wurden und dann vercheckt wurden und wir haben es noch bezahlt. Ihr könnt doch nicht sagen, wir müssen warten, bis das Gericht entschieden haben. Das ist so erdrückend die Beweislast. Entweder stürzt ja Österreich in ein Chaos über Jahre. Wofür man sich dann auch entschuldigt. Den man dann vor allem oft auch im Familienkreis dann wieder ausredet und dann ist es wieder gut. Die das Vertrauen vor allem auch wieder aufbauen müssen. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Aber das alles miteinander vermischt wird. Elisabeth, du musst dich nicht immer verfolgt fühlen. Es geht auch nicht nur um den Sebastian Kurz, sondern es geht ja um viel mehr. Das ist nicht nur eine Frage, ob sich jetzt der Sebastian Kurz mehr oder weniger bei irgendjemandem entschuldigt, sondern das betrifft alle. Mir ist da die Spucke weggeblieben. Nicht, dass jeder von uns lügt, das ist menschlich. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der das damals ein 30-Jähriger gesagt hat. Ich bin einfach drei Abende im Bett gelegen, habe mir überlegt, was verhandle ich da? Mit wem verhandle ich hier was? Denn mit einer Selbstverständlichkeit so etwas sagt es. Aber ich kann es. Und dann habe ich das aus nächster Nähe einfach über die Jahre beobachtet. Er ist auch zu den Landeshauptleuten gegangen mit gefälschten Umfragen. Mit gefälschten Umfragen ist er durchs Land gegangen und die den Landeshauptleuten gezeigt hat, so die Abwahl von Mitterlehner vorbereitet zu einer Zeit, als der Herr Mitterlehner schwierige persönliche Umstände hatten, ein Familienmitglied verloren hat. Er hat, als der Gesundheitsminister im Krankenhaus lag, hat er noch einmal nachgetreten und den obersten Beamten hier auf öffentlicher Bühne exekutiert. Das ist diese Kaltschneizigkeit, die ich meine. Und ich bitte hier nicht zur Tagesordnung überzugehen.